Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt. Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Mit dieser Sendung beginnen wir wenige Tage vor dem Fest und daher werfen wir auch einen Blick auf Angebote, die zwischen den Jahren oder am Beginn des neuen Jahres in Anspruch genommen werden können. Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Der kindliche Traum von guten Feen, zauberhaften Mächten, Hexen, Liebenswerten, Stiefmüttern und Helden, die ihre Liebsten befreien, gehört in die Vorweihnachtszeit wie Stollen, Dominosteine und Marzipan. Die Märchenerzählerin Angela Reichelt gestaltet, erzählt und spielt winterliche Klassiker mit Witz, Esprit und einfachen Requisiten. Kräftig gewürzt mit einer ordentlichen Portion Humor, siegen am Ende immer die Guten und die Gerechtigkeit. Die Schneekönigin steht dieses Mal im Mittelpunkt am Donnerstag, dem 21. Dezember um 17 Uhr. Zur märchenhaften Teestunde bei Kerzenschein und Pfefferkuchen sind große und kleine, alte und junge Menschen auf eine Stunde Entspannung, Freude und wohlige Gedanken in die Baldauf-Villa nach Marienberg eingeladen. Falls Sie kurz vor dem Fest eine Empfehlung brauchen, um vom Stress der Adventszeit runterzukommen, lade ich Sie zum Weihnachtskonzert in die Kirche Wegefahrt ein. Am Samstag, dem 23. Dezember um 17 Uhr, singt der Männerchor Oberschöner. Unterstützt wird er von Annina und Elina Eger als Solosopranistinnen, Christine Kandler-Krimig mit der Flöte, Katja Henkel-Flöte, Romy Siegert-Gitarre und Rüdiger Bloch-Keyboard. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Wolfgang Eger. Die 31. Seifener Weihnacht endet offiziell am 23. Dezember und das nicht still und leise, sondern mit einem Laternenumzug, bei dem sogar der Weihnachtsmann mit dabei ist. Beginn ist um 17 Uhr an der Räuchermannstube Stefani. Enden wird der Umzug auf dem Rathausplatz, wo dann der Weihnachtsmann auch kleine Geschenke und Süßigkeiten verteilt. Liebe Zuschauer, am 24., 25. und 26. Dezember finden in unserem Sendegebiet wieder zahlreiche Christfestporn- und Weihnachtsgottesdienste statt. Diese alle hier in der Sendung aufzuzählen, würde unsere Sendezeit bei weitem überschreiten. Dazu schauen Sie einfach auf die Internetseiten der einzelnen Kirchgemeinden oder in die jeweiligen Kirchennachrichten bzw. Aushänge an den Kirchen. So schnell das Weihnachtsfest auch kommt, so schnell ist es wieder vorbei. Aber die Weihnachtszeit im Erzgebirge dauert ja bei vielen zum Glück bis Lichtmess. Und so bietet sich auch nach den Feiertagen noch Zeit zum Genießen. Apropos Genießen. Denn das können Sie bei schöner Musik am 27. Dezember um 17 Uhr in der Bergkirche seifen. Der Tenor Richard Glöckner stellt in diesem Konzert seine Debüt-CD vor. Heimweh nach Weihnachten. Lieder einer Suche. Jetzt habe ich einen Tipp für alle Modellbahnfreunde unter Ihnen. Die Winterzeit ist ja ideal für das Bestaunen von großen und kleinen Modellbahnanlagen. Beziehungsweise in so manchen Familien sind die Männer plötzlich wieder Kinder, wenn sie mit den Modelleisenbahnen spielen, die in ihren heimischen Gefilden aufgebaut sind. In der Amtsfischerei Pockau im Fischereiweg 35 sind die Modellbahnanlagen wieder aufgebaut. Am Mittwoch, dem 27. Dezember und am Donnerstag, dem 28. Dezember. Jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr erwartet der MEC-Fleuertalbahn Pockau wieder viele Besucher. Seit dem 2. Dezember und noch bis zum 7. Januar des nächsten Jahres ist in Olbernhau wieder die Eislaufbahn aufgebaut. Die 250 Quadratmeter große Eislauffläche steht auf der Goethe-Straße-Ecke Grüntaler Straße und lädt täglich von 14 bis 19 Uhr zum Eislaufen ein. Zusätzlich wird von Montag bis Freitag, außer in den Ferien, vormittags noch von 10 bis 14 Uhr nach Anmeldung die Eislaufbahn für Schulklassen, für Vereine oder Firmen geöffnet. Schulklassen der Umgebung sind eingeladen, den Sportunterricht auf die Olbernhauer Eisbahn zu verlegen. Anmeldungen dafür nimmt die Touristinformation Olbernhau gern entgegen unter der Nummer 037360 68 9866 oder per E-Mail an tourinfo at olbernhau.de. Und schon sind wir im Jahr 2024. Begrüßen Sie das neue Jahr klassisch stilvoll mit einer musikalischen Zeitreise. Die beiden bulgarischen Musiker Dejan Jordanov auf dem Klavier und Lyubomir Walkow mit der Violine präsentieren schwungvolle und heitere Stücke aus Barock und Romantik zum Neujahrskonzert in der Baldauf-Villa Marienberg am Mittwoch, dem 3. Januar 2024 um 19 Uhr. Es erklingen Werke von Bach, Händel, Schumann und List und spannen einen akustischen Bogen, welcher mit der viersätzigen Violinensonate von Cesar Frank, einer der bedeutendsten Violinensonaten der Romantik, seinen beeindruckenden Höhepunkt erreicht. Zurück in die Gegenwart bringt der Pianist Dejan Jordanov das Publikum mit einem gekonnt jazzigen Ausflug in die moderne Musik zurück in die Gegenwart. Schauen wir noch ein paar Tage weiter voraus. Am Donnerstag, dem 11. Januar 2024, ist um 20 Uhr Dingel-Volkfest on Tour in der Baldauf-Villa in Marienberg. Eingebettet in die atemberaubende Landschaft der West-Carrie-Geltacht ist Dingel eine Stadt, die für ihre Delfine, ihr Essen, ihre Brauereien und Brennereien sowie für ihre erstklassige Szene traditioneller irischer Musik und Volkmusik bekannt ist. Nach dem großen Tourerfolg im Herbst 2022 wird das Dingel-Volkfest im Januar 2024 zum wiederholten Mal mit Dingel-Musikern in Deutschland touren. Theresa Horgan, Gesang und Flöte, Michael Colt, Gesang und Wizzles, Flöte, Elise Kennedy, Gesang und Matt Griffin, Gitarre, werden ihr deutsches Publikum mit Melodien und Songs aus West-Carrie verzaubern und mit ihren reichen Harmonien und wunderschönen Stimmen musikalische Bilder aus West-Carrie präsentieren. Die Zeit der Feiertage oder zwischen den Jahren bieten sich auch an, mal eine der vielen Ausstellungen in der Region zu besuchen. Die biblische Weihnachtsgeschichte in Form einer Krippe mit Menschen, Engel und Tierfiguren im offenen Krippenstall oder in einer aufwendigen Modelllandschaft ist zur Weihnachtszeit allgegenwärtig. Wie vielfältig ihre Gestaltung sein kann, das zeigt seit dem 14. November eine aktuelle Schau in der Schnitzausstellung Die Hütte im Marienberger Ortsteil Pobersau. Denn dort sind bis zum 25. Februar 2024 verschiedene Darstellungsweisen und Krippen aus den unterschiedlichsten Materialien von privaten Leihgebern zusammengetragen worden. Wie einfallsreich ein vermeintliches Abfallprodukt zum Einsatz kommen kann, zeigt die gebürtige Seifnerin Bärbel Seifert derzeit im Serpentinsteinmuseum im Ortsteil Zöblitz. Die im Museum integrierte Sonderausstellung Holzspahn-Kreationen wird erstmals von ihr ganz allein bestritten und ist noch bis zum 25. Februar nächsten Jahres zu sehen. Eine Unbekannte ist Bärbel Seifert jedoch nicht, denn regelmäßig ist ihre Handwerkskunst bei regionalen Schauvorführungen zu bestaunen. Diese Art der kunstvollen Verarbeitung hauchdünn gezogener Hobelspäne geht auf eine mehrere Jahrhunderte alte erzgebirgische Tradition zurück. Damals tatsächlich als Abfallprodukt verwendet, werden heute die Hobelspäne aber exakt gezogen, denn sowohl die Breite als auch die Länge sind entscheidend. Und wer sich gern selbst in der Gestaltung der filigranen Kreationen probieren möchte, kann mittels eines Bastelsets loslegen. Passend zur Weihnachtszeit gibt es noch bis zum 25. Februar 2024 im Ausstellungsbereich des Pferdegöpels Schätze vom Dachboden zu bestaunen. Zeugnisse aus vergangener Zeit schlummern wohl auf vielen Eberbuden. In Regalen, Kisten und Körben ist noch so manche Überraschung versteckt. Weihnachtssachen, Spielzeug und bewusst aufgehobene Erinnerungsstücke werden zu dieser Ausstellung zu sehen sein. Diese Schätze geben ganz sicher Einblick in vergangene Zeiten und wecken Kindheitserinnerungen bei den Besuchern. Liebe Zuschauer, im Folgenden haben wir einen Hinweis in eigener Sache für Sie und bitten um Ihre Unterstützung. Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit hier im Erzgebirge. Und auch wir bei Glück auf TV sind schon in Weihnachtsstimmung. Diese soll ebenfalls in unser Programm einziehen. Deswegen freuen wir uns über Ihre schönsten Momente in der Adventszeit, festgehalten auf Bild oder Video, die wir als Bilder des Tages oder der Woche in unseren Sendungen oder der Bildschirmzeitung zeigen können. Das dürfen jetzt in der Weihnachtszeit natürlich Aufnahmen von Ihren geschmückten Fenstern, Häusern oder Vorgärten sein, aber auch von Ihren Pyramiden, Schwippbögen oder Nussknackern. Schicken Sie uns Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat unter der Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Sendewoche und für dieses Jahr angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich hier im Programm bei Glück auf TV. Aber auch im Internet in unserer Mediathek unter www.glückauf.tv und bei YouTube unter unseren Glück auf TV Kanälen können Sie die Sendung jederzeit rund um die Uhr individuell anschauen. Und wenn im nächsten Jahr auch Sie Angebote, Veranstaltungen oder Einrichtungen in unserer Sendung erwähnen möchten, dann zögern Sie nicht und melden Sie sich schnell bei uns in der Redaktion, am besten per E-Mail unter kompakt-at-glück-auf.tv Alternativ auch per Telefon unter 03735 266 270. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen hier aus unserem Studio, wünsche eine stressfreie Zeit bis zum Fest, ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sowie alles Gute für 2024. Bleiben Sie gesund und Glück auf bis zum nächsten Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017